Hallo! Vielen Dank, alle miteinander, für meine Theater angekommen sind. Ich bin sehr berührt und dankbar, dass sie hier waren. Es hat mich sehr gefreut, mit Heidi und allen meinen Schauspielern, Freunden, ganz viel Freude. Es war wirklich wunderschön, hier im Florentpark zu spielen, meine liebe Geschichte. Und ich werde immer erinnern, wie ich mich in diesem ruhigen Florentpark gefühlt habe. Und alle Geschichten, alle Ausdrücke und die Interaktion mit dem Publikum, das erinnere ich immer. Mir war sehr, sehr berührt, wenn das Publikum geklatscht hat, wenn ich sagte, dass ich wünsche, jede Vereinigung der Nord- und Südkorea. Das hat zweimal passiert. Einmal letztes Jahr im Herbst und zweites Mal dieses Jahr, wenn eine Koreanerin Kim Soon-Ja hier war. Ich war sehr, sehr berührt. Insgesamt hat vier koreanische Freundinnen mir besucht hier. Oh, es anfängt zu regnen. Ja, ich denke euch, ich danke euch sehr und ich liebe euch sehr. Was wir? Säkerin. Musik 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 Musik